Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Part, ähm, oh Gott, Desselsblaze von Smaragd. Ich bin, es kann dummerweise sein, dass die vierte Folge nicht gekommen ist, deswegen zeig ich mal ganz kurz, wo wir stehen geblieben sind. Also, wir sind hier rein, also müssen wir fix erklären, wo das ist, hier unten halt das mit dem Ding, wir sind hier oben in den Wald hinein, ähm, ich bin jetzt hier ein bisschen durch, zur Runde, sechs nochmal, fix, warte mal. Ja, okay, das war jetzt, ähm, ich zeig euch das nochmal ganz fix, falls ich vor euch nicht gekommen ist. Eigentlich, es kann nämlich sein, weil, ähm, ich dummerweise das Problem hatte, die Audio, ja, sorry, die Audiofunktion, also, wie soll ich sagen, müssen. Die Audio-Schleife war länger als, oh, was fange ich hier, ähm, war länger als das Ding, die ist, ähm, oh Gott, ich hab halt nicht auf den Arm, ähm, hier, ähm, als die Video-Schleife, ich hatte also längeren Ton als Video, deswegen gab's da einen kleinen Fail, und, ja, ich schau uns mal an, was das bringt, wo ist es in 0,4 Meter, ah ja, das ist so groß wie mir, nein, ich weiß nicht, habt ihr Pokémon immer Spitznamen, also, hier bin ich nie, also, hier war dann ein kleiner Kampf von Team Aqua, wenn ich bin nicht irre, musste ich gegen die Kämpfe, ähm, ja, also einfach, waren hier zwei Leute, hab ich halt eben besiegt, der ist hier nach, keine Ahnung, Stadt gegangen, und, der andere sagt, ist auch dahin gegangen, so, das ist eigentlich das, was mit Float passiert, weil die war auch nur 10 Minuten lang, und, ja, von daher, ja, wie gesagt, kann sein, die ist jetzt schon gekommen, kann sein, die ist nicht gekommen, und seid mir auch bitte nicht böse, wenn sie nicht gekommen ist, ich hab echt viel zu tun, so, seit ich nehm auch gerade vor der Schule auf, weil ganz einfach, ja, dort, vor uns wollten sie nur noch gekämpft, Na toll, ich bin natürlich am Arsch, nein, ähm, ab, okay, ja, ähm, Ich kann nachdem mein Schalter gewählt, man nur eben, nein, nein, ich hab's noch nicht richtig gecheckt, Boiler, okay, ähm, Sekunde, Schaum, Kampf, Tec, äh, Ich kapiere jetzt noch, wie viele dann zweimal Kampfsystem, das gebe ich auch jetzt mal ganz fix zu, Na ja, das werden wir jetzt noch rausfinden, Leben schneller, Ach so, man muss ja also auswählen, welchen Pokémon man schadet, dem eigenen, oder, ja, toll, das ist gar nicht mal so, so einfach, dieses, Beamsche Pokémon da, So, na ja, haben wir die Bären aufgesiedelt, jetzt wie Zwillinge, Hey, Knöchle entwickelt sich, das wär jetzt echt schön, Mh, mh, gehen wir noch auf, jetzt ins Poké Center, und hier sind wir eigentlich auch gestiegen geblieben, ähm, hier hab ich dann aufgehört aufzunehmen, Wie gesagt, es war aber noch eine ganz kurze Ausnahme, ähm, ja, jetzt nehm ich immer eine halbe Stunde auf, und, ja, ähm, Sekunde Schnuppen hat mich, Schnuppen hat mich immer noch im Griff, aber, das hält mich nicht, denn, ab, abzunehmen, aufzunehmen, für die keine Wasserprogramme, jetzt bitte steigen, ja, wie soll man die Tropie jetzt leveln kann, und, ja, ähm, wir nehmen, Holla darf er weg, und, ja, Tja, ich bin halt geil, oh, ich hasse solche Labyrinths, ah, da oben ist schon irgendwie, der ängste ich noch, und, ja, naja, gut, wir sehen mal ja an, und auch noch mal gleich mal, das würde ja nicht so schwer sein für meine Pokémon, warum ich jetzt mal Schule aufnehme, ist ganz einfach der Grund, wir haben erst um 10 Schule, bei uns fallen die ersten 2 Stunden weg, naja, oder, doch, wir sagten mal ganz fix, ähm, was den Vorteil hat, ich, ah, kurz, ähm, ich kann länger aufnehmen jetzt, bin auch schon eher munter, weil ganz einfach, ich wollte es auch beibehalten, weil ich total nicht aufstehe, in der Schulzeit, das finde ich immer noch besser, weil, wenn ich jetzt um 9 Uhr so aufgestanden wäre, ähm, hätte ich nächsten Tag nicht mehr gut so schlafen können, sag ich's mir, es ist, ich hab da jetzt nichts dagegen, würde ich euch allen auch empfehlen, das immer zu machen, weil, am Ende bringt's euch doch gar nichts, ihr wollt doch eigentlich, boah, Nase, ähm, er wollte auch im Grunde gut in der Schule sitzen, ihr wollt, er wollte einen Einschlag, auch wenn es manchmal echt schwer ist, aber, wie gesagt, das wird, es wird schwer, ich sage, es ist also, es ist schwer, es ist schwer, es ist mal einzuhalten, aber es lohnt sich, Na, Tor, Kleinstein, Kleinsteine, tun wir weh, dann ist es so ein Pokémon und Öff, mit einem Schlag, untergehauen, ich will nicht wechseln, ich muss es nun einmal ändern, mit dem Wechsel, ich setze nur ein Pokémon ein, ich bin da so, ja, Ja, verurteilt mich. Nein, Marvin wird nicht das Pokémon ändern. Wie süß! Ich werfe gleich mal an Pokémon, ne? Geht leider mehr, aber naja. Aber irgendwie gefällt mir das Pokémon. Oh, Felsgrab. Ähm, die Attacke ist nicht gerade wenig stark. Ja, trotzdem kriege ich den. What the hell? Das gibt's... Ja, man! Das gibt's doch ne... Doch, bei Roller gibt's das, aber... Also, das ist doch, hä? Boah, hat die egel Tränke halt, die. Ja, 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 ja. Oh, ich hab mein erstes Ohrm. Warte mal, kann ich das Längel jetzt abbrechen? Ne, will ich nicht. Ja... Wie ebisch! Morabel, Morabel. Morabel. Cool. Vor allem der Schneider. Juhu, jetzt brauch ich bloß noch ein Pokémon, was das erlangt hat. Oh, Felsgrab. Na ja. Bin ich damit zufrieden? Sekunde. Ähm, Beutel. Ach so, ich kann's ja gar nicht nutzen, der Schneider. Weil ich's nur nicht hab, aber nutzen könnte ich schon. Das ist... Da denk ich mir, das ist doch sinnlos. Wenn... Du... Du bekommst zwar nicht... Oh. Ähm... Du bekommst zwar... Aber... Du kannst im Grunde... Du darfst nutzen, aber kannst du nutzen. Das find ich immer nur so... Irgendwas von sinnlos. Genauso wie es bei der Rotten-Edition könntest du alle VMs schon... Nutzen, wenn ich mich nicht irre. Aber keins... Besaßt du irgendwie. Einfach mal ansprechen. Ja, es ist... Äh... Ne, da hoch will ich gerade noch. Nein! Ja, Sekunde, ich geh mal hoch. Warten wir mit ihrem Problem. Hallo! Äh... Wollen wir mal schauen, ob hier irgendwas von Pokémons noch ist. Nein, hier hochkommen wir eindeutig nicht. Wusch! Hier runter. Ja... Ja, ich versuch's andauernd da mal vorbeizukommen. Baholo! Aqua Knarre! Mein Pokémon besitzt es denn Knarre. Bedeutig! Oh Gott, der war echt schlecht. Der war echt schlecht. Also... Dafür sollte ich mich jetzt eigentlich... Äh... 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 Ja... Na, was? Wie, wo, was? Ja! 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 Jaaa... Er schreit so laut, dass... ja... Ja! Ja! Schreit zu hören kann ich immer ein und daher... Aber irgendwie erinnert sich das Pokémon an, der guckt ihn fast da! An ihn vorher! Weil, äh... Mist, jetzt kann man uns auch eher eingreifen. Oh man, das geht jetzt echt schief. Ich habe einen Para-Hailer dabei, den lässt sich nach dem Kampf ein. Alter, ja, mit Schirmmusik. Also, jetzt erstmal schauen. Pokémon. Ja, das ist noch. Paralleliert. Wo haben wir das? Wo haben wir das? Ach, hier. Para-Hailer. Ja, okay. Ähm, Meilen-Pokémon. Beutel, lehe Pokémon. Nils gleich mal einsetzen gegen das. Herbner, oh nein. Absorber gleich mal einsetzen. Äh, ich bekomme gar keine EP. Ist das normal? Wenn ich absorbe einfach, war das nicht so, dass man da Energie nochmal bekam? Ähm, ja, wer er bekommt durch Blutzer oder etwas oder was? Ja, wer er bekommt durch Blutzer oder etwas oder was? Ach, komm schon, jetzt, jetzt, bring den runter. Ich will den jetzt noch fix fangen. Oh, Alter. Es stimmt ja. Ich lebe nochmal fix zurück. Hiiptift Nossa. Danaya. Danaya. Bis zum nächsten Mal.